Sie kommt zu mir und fragt mich, was ist denn mit dir und warum ich so teilnahmslos bin und sie sagt, es ist doch eh wohl lustig da, aber wenn du magst, dann können wir auch gehen und ich sag, na ich mag jetzt nicht schon abhauen, weil die anderen sicher fragen, aber pathisch stimme ich jetzt auch keine Zeit. Manchmal ist es besser, nix zu spülen. Er sagt, es geht eh allen heimlich über Scheiße, was glaubst du, warum saufen sich alle da? Und er sagt, dass alle ohne guten Schauspieler sind, dass keiner einfach ehrlich reden kann. Und er sagt, ich brauch doch vor ihm nix verstecken, wenn irgendwas ist, soll ich mich rühren und ich sag, danke, das ist dich. Du hast eh recht. Aber manchmal ist es besser, nix zu spülen. Das ist besser, nix zu spülen. Ich sag, es geht mir eh oft voll gut, aber manchmal ist es nicht zum Aushalten, es tut dann körperlich weh und ich kann es doch nicht einfach ausschalten. Und sie sagt, ich soll Sport machen oder Yoga. Ich soll es jetzt mal probieren. Und ich sag, ja ey, hast du es sicher recht. Manchmal ist es besser, nix zu spülen. Ich sag, ja ey, hast du es sicher, nix zu spülen. Ich sag, ja ey, hast du es sicher, nix zu spülen. Ich sag, ja ey, hast du es sicher. Ich sag, ja ey, hast du es sicher.